Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor das Video losgeht, natürlich lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute. Lass uns kurz ein Video raussuchen, was ich essen kann, während ich so ein bisschen am Snacken bin. Hi, Leute. Lass uns kurz ein Video raussuchen, was ich essen kann, während ich so ein bisschen am Snacken bin. Warum hängt da Knossi? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Dating Show mit Knossi. Stefanie, wie alt bist du? Äh, 33. Okay, Dutschi, bist du ready? Soll ich doch irgendwie ein Halleluja einspielen, oder was, wenn die Kamera angeht? Komm. Oha. Oh Gott, wie unvorstellbar. Steffi, was sagst du? Ja, hallo. Hallo. Sieht gut aus, ist nur eine echt schlechte Kamera. Was machst du so, wenn du da nicht im Chat rumlungerst? Eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Hauptsächlich, äh, ja. Twitch, muss ich, muss ich gestehen. Hey, dass ich ein bisschen, ey, dass ich ein bisschen vorbereite kann. Wir, 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 wir reagieren drauf. Herzlich willkommen, Jasper. Du bist dabei, stell dich vor. Hallo, ich bin, äh, Jasper. Äh, ich bin 15 Jahre alt. Next. Ey, gib mir eine Chance, gib mir eine Chance, gib mir eine Chance, gib mir eine Chance. Habe ich keine Zeit für. Hallo, Steffi. Hallo. Guten Abend, Leute. Wie geht's euch? Gut, und wie geht's dir? Hast du gute Laune? Ich hab brutal gute Laune, äh, Laune. Bin gerade im Ballorant drin. Muss mich etwas konzentrieren. Was ist das? Was ist das denn? Ja, das ist ein Spiel. Das ist so ein Ego-Shooter. Ich muss so lachen. Weißt du das? Warum musst du lachen? Ja, weil deine Fästchen so kacke ist. Wirklich, er macht auch einfach Standardskill. Was? Kannst du überhaupt dein Tempett sehen, alter Mann? Äh, Hashtag CoC Challenge. Sprich es aus. Ihr macht das Fenster auf, schreit laut in die Nacht, Clash of Clans. Schwung, bist du dabei? Nein, Junge. Bro, das ist ein Trend. Das ist ein Scheiß-Trend, du da wieder rein. Das ist ein cooler Trend. Oh, mir stinkt. Höh, 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 höh. Na, 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 na. So. Ich hab mir gedacht, ich mach hier das Kreis auch mit. Hab über meine Mutter gekrabt. Oh Gott, Chef. Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans. Ja, okay, doch ein bisschen lauter war ein schön. Clash of Clans. Als wenn du so Nachbarhäuser siehst, und da sind die... Und da sind die Fenster offen, und der schreit so auf der... Piss dich doch dann einfach. Ehre, Mann. Drei. Höh, was hat die für eine coole Mütze? Das ist sogar schön. Na, da hat er ja was Feines. Dinger, F, Dinger, wie selten es sind. Das ist ein Kühe. Das ist Massentierhaltung. Erstmal tänzeln. Nein, nein, nein. Bro, die haben doch keinen Platz. Die haben doch gar keinen Platz für nichts. Schiss doch auf die Kühe. Realtalk, jeder meint ja, der Minecraft anbängt zu spielen, sagt genau das, und so nach zwei hat... Nee, scheiß drauf, ein Loch muss reichen. Die sind im Keller, die haben kein Fenster. Die haben... Fertfalt, wollte ich mich verarschen? Wenn ich zur KFC gehe, ist mir das scheißegal, wie das kommt. Lass es ein bisschen größer machen, Robert. Wie... Der Minecraft-Kin. Hast du dich denn? Ich hab ein bisschen Weiz hier für unser Lager geerntet. So, jetzt hier... Ist das richtig, Chad? Ey, ich pflanze gerade wieder uns Essen an. Ich küss den Herzen, bro. Oh, ich hätte auch so Bock auf Eichel wieder. Wenn du draufhüpfst, wächst er schneller. Oh. Aber die wachsen ja schneller als die hier. Hat er mich verarscht? Ein Noob, der am Spielen ist. Ist ja so fast, als würde ich Sascha zuschauen. Und heute gibt es... ...ne Runde... ...Minecrafte. Minecrafte. Ich hab das Parfüm. Ich dachte am längsten... Mit Motz, ich glaub, wenn wir Minecraft machen, dann wieder ohne Vanille. Halt, wenn das neue Update kommt. Wenn ich mir so meine Haut sprühe, dann rieche ich es auch heute Nacht noch. Deswegen hab ich mich jetzt gerade mit Männer so vielmein gesprüht. Und ich rieche jetzt nach Kilian. Aber dann hab ich es heute Nacht vielleicht noch. Memo. Na warte. Da würde sich Lola freuen, wenn ich ihr sage, dass ich 12 Stunden gestreamt habe, wie ich ihr dabei zugucke, wie sie schläft. Lola. Aufstehen. Da würde sie sich auch... Gehen. Sauerst Kilian auf 360p. Aber er ist immer noch ultra scharf. Schön, dass ich endlich mal wieder so deine Stimme hören kann. Weil wir ja irgendwie seit drei Tagen nicht mehr telefonieren konnten. Ja. Ja. Okay. Ich bin nicht deswegen traurig, ich bin traurig, weil ich wieder zu Hause tragen will. Ja, das verstehe ich. Deutschland ist halt besser als hier. Das hat mich... Nein. Ich geh nicht um Deutschland. Portugal war schon schuld, das stimmt. Portugal. Die Leute sind Portugal. Man merkt es irgendwie immer wieder. Man merkt es jedes Mal wieder so. Ich will ja nicht. Ich mag Deutschland. Ich find das schön hier. Ich bin auch froh, dass ich hier aufgewachsen bin. Aber man merkt... Der hat erst mal einen Monolog, holy shit. Du brauchst so einen anderen... Ich komm nach Deutschland, weil wir in den Sieg sind. Der hat immer noch nicht aufzureden. Du bist so viel schlechter genauer Deutsch und so viel schlechter genauer als andere. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Stimmt. Bist du mit deinem neuen Handy zufrieden? Ja. Brauchst du noch ein hübsches Hintergrundbild? Nein, ich lass das immer auf Standard. Ich habe mehr durch das Hintergrundbild. Und wenn man es jetzt sperrt, ist es Tobi doch. Och Mann, hätte ich diesen... Weil ich die beiden auf erotischer Weise liebe, die mich aber nicht. Von Anfang an bei meiner durchgesetzt, hätte ich heute diese Sorgen nicht. Aber es war eine andere Zeit. Vor zwei Jahren. Das ist ja richtig gut programmiert. Oh mein Gott, wie geil, EA. Ey, darf ich ein EA-Partner werden? Guck mal, der Ball kommt mit 90 kmh. Der wird jetzt weggefäustet. Der kann nicht sofort so weit liegen bleiben. Was? Das ist ein X-Pass zu Zidane. What? Clip. Was ist deiner Meinung nach von der Geld-Passchöne extremer? Der Stoff-Clans, der Schreie oder der FIFA? Ja, 100% FIFA. Hä? Das kommt doch hier dieses Jahr neu raus. Das ist eine dumme Schreie-Frage. Der Stoff-Clans gibt es seit 10 Jahren. FIFA wird von Jahr zu Jahr schlechter. Hä? Da ist auch noch Casino drin. Der Bani-Geil-Tuch. Der ist ja ganz klar. Willst die Mauer hochziehen, kostet 23 Euro. Druckst du ja. Lel. Ach, das ist der Typ, dieser Lel-Typ. Lel. Lel. Auch da. Ziggere, Junge, Alter. Auto-Besitzer, aktiver Spritzer. Aktiver Spritzer, Dingo. Und es geht, und es geht in die Nase rein. Ja, das Zeug, ja, das Zeug ist ziemlich fein. Wenn ich ASMR mache, dann wenigstens richtig, oder Chad? Oder Chad? Wie findet ihr mein ASMR? Love um dein Leben. Oh, komm, ich hab auch. Och. Pssst. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Wow. What I'm supposed to do, when the best of me was always you. Emelian ist der Bruder von Kelian. Und dann baller ich mir linier. Ich bin ein großer Husschusson zu sein. Ich kann ja nix hören, ne? Viele haben hier unterstellt, Trimax ist erst so, seit er mit mir abhängen, dass das ne Lüge ist. Jetzt kommt erst Minecraft Dungeon. Ja, jetzt kommt noch Minecraft Dungeon. Ja, dann ich geh, dann, ja, sch*** drauf, Ligger. Dann geh ich Korz pissen, bis gleich. Ich hab mir das wirklich teilweise angeeignet, dass ich einfach Korz sage. Das Meme ist wegen, dass ich keinen mehr aufhören. Er hat sich so beeinflussen lassen von allen Leuten. Er ist so ne FIFA-Sprache drin. Ich glaube, FIFA 23 tut dir nicht gut. Bitte, Max, finde wieder zu dir. Nie wieder FIFA. Und ich versuche nächstes Jahr noch mehr Streamer dazu zu bekommen, das auch zu boykottieren. 21.000 Euro ausgeben, fast nicht gezockt. Kleine Flinke. Oh, Mann, die ist ja so nervig, die K***bar, Digga. Was soll denn das, Mann? Wie klein will die Hitbox sein? So klein wie ApoRats Kontostand. Einfach nicht vorhanden, Alter. Cool, eins rufen Gegner. Boah, das hat sich mal ein Fenster zerstört. Digga, ich hätte so Angst, viel was zu spielen, wenn das muss, wenn ich das sehe. Gute Video. Angst.